Ich wollte kurz die Literatur für diese Vorlesung Informationssysteme durchgehen. Das ist die empfohlene Literatur. Die finden Sie auf der Vorlesungswebseite verlinkt, auf diesem Link hier oben in unserer Bibliothek. Die Bibliothek, wie Sie wissen, befindet sich hinter dem Günther-Horz-Hörsaal. Dort sind diese ganzen Bücher auch physisch vorhanden. Können Sie mal reinschauen, müssen Sie sich nicht gleich alles kaufen. Sie sollen sich sowieso nicht gleich alles kaufen. Was wichtig ist, Sie sehen hier die Literatur. Das ist Literatur für Informationssysteme, aber auch für unser weiterführendes Seminar Kern Research and Data Management. Und die dritte Vorlesung, das ist die Stammvorlesung Database Systems, die im Winter stattfindet. Wir haben das jetzt nicht mehr aufgeteilt nach Vorlesungen, weil sich die Literatur doch sehr stark überlappt für die verschiedenen Vorlesungen. Für die Vorlesung Informationssysteme brauchen Sie im Grunde nur einige wenige Bücher. Aber wir haben das mal alles zusammengestellt und ich werde mal alle Bücher kurz erklären, wo die wichtig sind, damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, was es da so alles gibt. Also fangen wir mal an mit dem ersten Buch. Das ist Alain Bonlieu, Learning Sequel. Das ist ein Buch, würde ich sagen, das kaufen Sie sich. Das ist relativ kurz, gibt es auch auf Deutsch übrigens. Das gibt eine gute Übersicht über SQL, einfaches SQL, was man damit so machen kann. Das deckt so die meisten Fälle, die man üblicherweise braucht in der Praxis von SQL, sehr gut ab. Sollten Sie sich kaufen. Zweites Buch von Date, An Introduction to Database Systems. Das ist ein relativ großes, umfangreiches Buch. Das müssen Sie nicht unbedingt kaufen. Ich finde es ganz schön, weil einige Sachen nochmal anders erklärt sind als in allen anderen Büchern. Also Date hat eine sehr schöne Art zu schreiben, sehr klar, sehr präzise. Manchmal ist die Terminologie etwas gewöhnungsbedürftig, aber ich finde das ein Buch, das ist super geschrieben. Das dritte Buch, das ist aus Stanford. Das waren früher mal zwei Bücher. Das erste Buch war über das Material, was wir auch in der Informationssysteme-Vorlesung machen. Das zweite war tiefergehend, üblicherweise Implementierungsaspekte, die wir in der Stammvorlesung machen. Das ist jetzt ein Buch, das wurde zusammengefasst vor vielen Jahren schon. Und das ist auch ganz gut. Liegt mir persönlich jetzt nicht so, aber vielleicht schauen Sie mal rein. Sind auch noch hier und da einige interessante Aspekte erklärt. Der Klassiker schlechthin für diese Vorlesung ist dieses Buch. Datenbanksysteme eine Einführung. Gibt es auch in der wesentlich neueren Auflage. Ich denke, es ist jetzt die achte Auflage aktuell. Das sollten Sie sich kaufen. Das ist eigentlich ein Buch, das sollte jeder Informatiker haben. Das ist ein gutes Nachschlagewerk zum Thema Datenbanksysteme. Wir haben in der Vergangenheit, in den letzten Jahren uns sehr stark in diesem Buch orientiert. Wir gehen in Zukunft ein bisschen davon weg. Aber als Nachschlagewerk kann ich das uneingeschränkt empfehlen. Dazu gibt es auch ein Übungsbuch. Da werden die Lösungen gezeigt für dieses Buch. Also hier haben Sie Übungen drin. Und hier in diesem Übungsbuch finden Sie die Lösungen für diese Übungen. Ein weiteres Buch hier aus Deutschland auf Deutsch von Wolfgang Lehner. Datenbanktechnologie für Data Warehouse Systeme. Schon ein bisschen älteres Buch. Ist aber trotzdem sehr gut. Immer noch sehr aktuell. In diesem Buch geht es um fortgeschrittene SQL-Techniken, die man braucht, wenn man sogenannte Data Warehouse Systeme baut. Vielleicht haben Sie mal den Begriff OLAP gehört. Online Analytical Processing. Das sind sehr große Datenbanken, die meist Daten von verschiedenen Systemen zusammenfassen. Und da muss man ein bisschen andere SQL-Statements verwenden. Ein bisschen andere Techniken. Ein bisschen andere Indexstrukturen. Ist eher fortgeschritten, aber immer noch sehr aktuell. Dann hier von Sam Lightstone. Auch ein eher fortgeschrittenes Buch. Vielleicht nicht gerade für die Grundvorlesung, nicht am Anfang. Hier geht es um Physical Database Design. Physical Database Design spielt eine Rolle, um zu entscheiden, wie ein Datenbanksystem Index erzeugt, wie es die Daten ablegt, was da effizient ist, wie man das machen soll. Eher ein fortgeschrittenes Buch. Eher was für die Stammvorlesung. Was für Sie jetzt hier aber wichtig sein könnte schon, ist die Encyclopedia of Database Systems. Das ist ein großes Lexikon, nur bei Datenbanken. Fünf Bücher sind das. Hier sind sie auch noch mal physisch eingestellt in den Semesterapparat. Aber Sie können auch elektronisch darauf zugreifen. Also hier ist ein Link. Dann kommen Sie direkt auf die Seiten von Springer. Das ist freigeschaltet innerhalb des Netzwerks der Universität. Und hier sehen Sie jetzt zum Beispiel alle Einträge für A. Für den Buchstaben A können wir mal einen aufmachen hier. Download PDF. Können wir direkt machen. Asset Transactions. Und kriegen wir jetzt den ganzen Buchstaben A allerdings angezeigt. Suchen wir mal nach Asset. So, wo sind wir denn? Asset Properties hier unten. Ja, da kriegen Sie kurz und knapp erklärt, was Asset bedeutet. Warum das wichtig ist. Ich würde sagen, als begleitende Literatur ist das eine spannende Sache. Und da sollten Sie dann wieder mal reingucken. Wie gesagt, elektronisch verfügbar innerhalb des Uni-Netzwerks. Physisch ausgedruckt auf Papier im Semesterapparat. Gut, das war die Encyclopedia. Dann schauen wir zum nächsten Buch. Das ist Oracle Database 11G The Complete Reference. Wir werden in dieser Vorlesung keinen Oracle benutzen. Wir werden Postgres benutzen. Aber Sie werden auch sehen, es gibt viele verschiedene Datenbankhersteller. Oracle ist einer der wichtigsten und hat eines der ausgereiftesten Produkte. Das kostet natürlich auch ein bisschen was. Aber es ist immer spannend zu sehen, was so ein ausgereiftes Datenbanksystem alles kann. Also Sie dürfen nie denken, okay, jetzt habe ich MySQL gesehen oder ich habe Postgres gesehen. Jetzt weiß ich, wie eine Datenbank funktioniert und was das alles kann. Das ist nicht ganz richtig. Die einzelnen Datenbanksysteme unterscheiden sich teilweise erheblich in ihren Features und ihrer Performance. Und das mal so ein Buch, da können Sie mal reinschauen, um Eindruck zu bekommen, was so ein System alles kann. Das ist natürlich von 2009 schon wieder veraltet. Da gibt es schon wieder neue Features, die das System kann. Das ist einfach mal recht beeindruckend, da reinzugucken, um zu schauen, hey, Wahnsinn, was diese Systeme alles können, wenn ich das Geld ausgeben will. Hier auch eher ein weiterführendes Buch. Donald Miner MapReduce Design Patterns. MapReduce oder Hadoop MapReduce ist ein wichtiges Tool, wenn man kein Datenbanksystem benutzen will. Wenn man sehr große Datenmengen durchsuchen will, wann das genau der Fall ist, da werden wir noch drauf kommen. Das ist auch eher was, was Sie vielleicht im letzten Drittel der Vorlesung interessieren könnte. Dann ein weiterer Klassiker. Wenn Ihr Datenbanksystem nicht mal auf einen einzelnen Rechner passt, auf einen einzelnen Server. Wenn Sie überlegen, was Sie das verteilen wollen auf verschiedene Server, dann ist dieses Buch eine gute Wahl. Principles of Distributed Database Systems erklärt, wie man ein Datenbanksystem auf mehreren Servern, auf einem verteilten System installiert. Auch eher ein fortgeschrittenes Thema. Das nächste Buch behandelt Hauptspeicherdatenbanksysteme. Heute ist es so, dass viele Datenbanken in den Hauptspeicher passen. Es gibt keinen Grund mehr, das auf Festplatte zu halten. Das ist ein riesen Hype gewesen in den letzten Jahren. Das hier ist ein Buch von Hasso Plattner. Hasso Plattner ist einer der Gründer der SAP. Und die haben natürlich auch ein eigenes Datenbanksystem bei der SAP. Deswegen ist das immer so ein bisschen vermischt hier mit der Industrieperspektive. Und bestimmten Entscheidungen, die jetzt hier bei der SAP getroffen wurden, die ich vielleicht anders treffen würde oder die andere Datenbankprofessoren auch anders treffen würden. Also es ist ein gutes Buch, keine Frage. Aber hier und da kann man die Sachen auch anders machen. Das ist immer so ein bisschen ein Konflikt. Es geht hier um ein spezielles Produkt der SAP oder allgemein, wie macht man es richtig. Gut, dann hier auch noch ein weiterer Klassiker von Ragu Ramakrishnan. Hier fehlt ein Autor. Das ist eigentlich Ragu Ramakrishnan und Johannes Gerke, auch in einer etwas neueren Auflage. Das ist so der Klassiker im englischsprachigen Bereich. Das ist auch ein Buch, was wir für die Stammvolllesung nehmen. Da ist auch das Grundvolllesungsmaterial drin, also SQL, relationales Modell und so weiter. Aber auch die weiterführenden Themen mit einem Fokus auf Festplatten basierte Systeme. Also es ist inzwischen auch leider veraltet schon das Buch. Es gibt angeblich Pläne, das ein bisschen zu erneuern. Aber es ist immer noch sehr wichtig. Ein sehr schönes Buch. Das kann man sich auch kaufen. Hier ein weiteres Buch, ein deutsches Buch zu Datenbanken. Hier gibt es sehr viele Bücher. Ich habe jetzt mal eins aufgeführt, wenn Sie eher ein deutsches Buch haben wollen. Auch ein sehr schönes Buch. Ich selbst schaue eher in den Camper rein, wenn ich mal was nachschlage. Das ist eigentlich mehr so der Klassiker. Aber das ist eine Geschmacksfrage. Also vielleicht liegt Ihnen dieses Buch mehr. Das kann man nicht so entscheiden. Man kann nicht sagen, dieses oder jenes Buch ist jetzt das beste Buch. Müssen Sie mal einfach reingucken, ein Gefühl für entwickeln, welches Buch Ihnen mehr liegt. Dann hier ein ganz lustiges Buch, The Manga Guide to Databases. Das versucht, wichtige Konzepte von Datenbanken mit Mangas zu erklären. Lustige Sache eigentlich, können Sie sich mal kaufen. Das ist natürlich nur eher oberflächlich vom Material her, was abgedeckt wird. Aber eigentlich eine ganz spaßige Sache, sollten Sie sich kaufen. Dann hier ein sehr weiterführendes Buch, sehr fortgeschritten. Hier geht es um Transaktionen, insbesondere Concurrency, Control & Recovery. Das ist schon sehr fortgeschritten. Das ist so die Bibel in diesem Bereich. Auch schon etwas veraltet. Wurde damals geschrieben, als Festplattensysteme noch eher üblich waren. Sehr, sehr viele Spezialfälle, sehr, sehr viele Protokolle werden hier aufgeführt. Hat sich einiges geändert in diesem Bereich. Gerade durch Hauptspeicherdatenbanksysteme, die die Sachen noch teilweise sehr anders machen. Also eher nichts für den Anfang. Dann hier noch Hadoop, The Definite Guide. Ist auch eher was für diese Vorlesung. Wir werden, wie gesagt, was über MapReduce und Hadoop sagen. Aber eher im letzten Drittel der Vorlesung. Können Sie da mal reingucken. Schönes Buch. Gibt es auch andere Bücher zum Thema inzwischen. Das ist jetzt mal eins, was wir selbst benutzen. Und deswegen haben wir es hier reingestellt. Und das letzte Buch, Managing Gigabytes. Das ist auch schon ein älteres Buch. Der Titel ist im Nachhinein etwas unglücklich gewählt, weil Gigabytes, damals als das Buch geschrieben wurde, hörte sich Gigabytes noch sehr gewaltig an und sehr schwierig. Heute ist Gigabytes nicht mehr eine Größe, die einen erstmal abschreckt. Denn Gigabytes, das ist die Hauptspeichergröße auf einem Handy heutzutage. Aber es ist trotzdem die Frage, wie man Daten schnell durchsucht. Also Gigabyte, große Daten. Man kann ja nicht einfach alles durchwühlen, sondern man will intelligente Indexe haben. Man will vielleicht Textmining darauf machen. Wie macht man das geschickt? Dafür ist dieses Buch gut. Mit einem Fokus auf Suchmaschinen. Textsuche. Das ist nicht unbedingt das, wo Datenbanken stark sind. Datenbanken sind eher auf strukturierten Daten stark und nicht so sehr auf Text. Auch wenn viele Daten jetzt beides haben. Also in Postgres zum Beispiel haben Sie auch Textindizes, ähnlich wie eine Suchmaschine. In diesem Buch geht es eher um diese Textindizes. Wie man Texte effizient indiziert. Das ist eher was für den Bereich Information Retrieval. Überlappt aber teilweise auch mit der Stammvorlesung. In jedem Fall nichts für die Grundvorlesung. Zumindest nicht am Anfang, vielleicht später. Das ist ja auch mit der Stammvorlesung. Untertitelung des ZDF, 2020